Ja, der übrige Freund, hier macht auch der Bauer Aussi. Der Berater ist auf meinem Feld, meinem Weizenfeld. Ich hole mir da Rat. Mal schauen, was er sagt. Wir haben bereits das Metermass an den Boden gelegt. Und hier ist gerade nichts. Jetzt kommt noch der zweite Berater. Das kommt dann gut. Hallo, gibt es ein Video? Hier im Quadrat ist keine Pflanze. Hier ist noch nichts. Das ist ein schlechter Bestand. In diesem Viereck sollte er 200 Pflanzen haben. 200? Nein, nicht in diesem Quadrat. Nein, das ist ein vierter Quadratmeter. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pflänzli mal 4. Mal 4 gibt es 2, 3, 4 Pflänzli. So Quadratmeter? Ja, Quadratmeter. Das ist ordentlich. Und was wachst du dazu? 120 bis 200 Pflanzen. 120 sollte man Minimum haben. Ja. Ja. Und wenn es nicht mehr hat, dann muss wir gleich etwas Deines haben. Aha. Dann ist es wirklich ein Bestand. Ja. Ja. Ja.